Also du Star, komm pünktlich zu den Markierungen. Ich bleib dran und dann bekommen wir eine richtig coole Verfolgungsjagd. Also, im anderen Auto sitzt dein Kindheitsfreund Mario Frigo. Soll das ein Witz sein? Ihr fahrt ein Rennen in Medici. Das ist also eine schöne Rückblende. Garland. Macht weiter so Leute. Gästeinträgte 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das Ziel ist verschwunden. Was für ein Ende! Die Flugzeuge, die Freude kindlicher Kameradschaft. Wir müssen es nur etwas anpassen, damit es so aussieht, als könntest du, naja, schauspielern. Das wäre dann alles, Schätzchen. War schön mit dir zu fahren, Rico. Wenn du mal in Hollywood bist, melde dich, dann machen wir Party. Nein, gut. Vielen Dank.